Nämlich, ähm, kannst du da auch dieses andere Gelumpe, was du, was ich dir gegeben hab, dieses Dust-Gelumpe machen? Da musst du gucken. Ich glaub ja, weil ich hab, warte mal, Maschinenblock brauchte ich. Ich will nämlich Quarz haben. Ich will Quarze haben. Äh, den Chip hab ich hier oben noch drin und Stein brauchte ich. Ich hab ja noch Endchip übrig. Aber komisch! Ich hatte doch letzte Woche, ne, nicht letzte Woche, am Anfang der Woche hab ich doch geguckt und da stand das da, du solltest dieses Gelumpe solltest du brennen, damit du diese Quarz herauskriegst. Dieses, das sollste brennen. Macht der ja auch gerade. Im normalen Ofen. Und da sollte ein Kristall rauskommen. Ja, brauchst du einen Kompressor? Warte, ich muss ihn in ein neues neuen Chip basteln, aber ist nicht schlimm. Silikon? Was machst du mit den Silikonen, Sven, Dirk? Silikon? Da müssen wir mal gucken. Ich glaub, das ist, was, da kann man das, können wir auch schneiden und sowas. Willst du es haben? Willst du es haben? Ja, gib mal her, weil ich glaube, das ist ein Du. Oben. Zwei Ehrung. Ja, hab ich. Ja, ist gut. Ja, ich tue es, ich tue es hier neben die Steine. Unter die Hacke. Haben wir noch Tin? Tin. Ja, hab ich, hab ich, hab ich, hab ich, hab. Gut. Ich baue das schon mal den Chip jetzt zusammen. Ich hoffe, ich habe alles mit, was ich jetzt für brauche. Los, wir gehen jetzt erst mal pennen. Ja, klar, warte mal, ich brauche das schon mal. Ja, ich gucke, ob das nur gerade was. Hm, 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 hab ich einen Eisenblock mit? Der Kasse, schnäge, haupt mal ganz schön, du. Nee, das, das brauche ich doch nie. Der Kasse, schnäge, haupt mal ganz schön. Warum müssen wir das wieder in Quarz haben? Darum, weil Quarzkasse besser verarbeiten und alles. Kannst du auch Werkzeuge bauen und so? Bessere, stärkere? Wir hätten das jetzt nie gesagt. Ach, warum? Ich gehe jetzt ins Bett. Gött mich mal. Tür zu, komm, keiner mit her. So hellig, hätte ich ja taugt. Kann aber nicht sein. Ja, warte mal. Ja, aber kackt ab. Ich brauche doch nicht pennen. Aber ich brauche auch, äh, ich muss Steinen noch brennen. Hä, jetzt ist doch egal, ob es draußen dunkel ist oder Feiglinge, das gibt es doch gar nicht. Komm jetzt, du Pfeife, jetzt komm ins Bett. Je, jetzt mal hoch, runter, fährt es. Das ist doch hier schlimm, ey, ich baute hier noch Aufzug hin. Nimm doch das Bett mit runter. Nein. Was ist denn da so hingestellt? Bin ich nicht beim Schlafen zu? Hey, was ist denn hier jetzt? Wird es über den Tag? Hey, Matti, leg dich hin. Hinlegen, du. Ich krieg's nicht auf die Nüsse, du. Leg dich jetzt hin, dann stell ich offen und geh runter. Nee, ich hab's gesehen, was du hier machst. Du hast mich eingebaut. Was, Matthias, leg dich. Nee, ich bin nicht, jetzt bin ich wach. Ey, was passiert, wenn wir aufstehen? Keine Lächer gegen die Wand. No, da wusstest du, steckst du. Ha, steckst du, ne? Mensch, ich schlaf jetzt, leg dich jetzt hin. Ich mach hier das Glas kaputt, ich geh jetzt raus. Oh, nee, Mensch, hört doch mal auf. Faxen, dicke. Meine Fresse, jetzt leckt euch doch hin. Wie denn, ist alles verbaut? Hat er nicht den Scheiß gemacht? Ihr habt Langeweile. Sag dir das mal. Funko sieht doch, dass ich liege. Ja, aber trotzdem. Alles hin gebaut, ey, das gibt's doch nie. Ich liege hier, jetzt kommt's, Finn. Ach, der, der vermisst dich ja. Der hat ein schönes Haus kaputt gemacht. Ja, Sauhund, dieser Hund. Liegst immer noch nie, doch. Ach, ich doch wollte schon sagen. Hallo. Ich brauch's beim Offrollen. Ich geh auch raus. Ach, das ist der Schmocks. Wieso hast du mir hier zuge... Wieso hast du das Glas kaputt gemacht? Ich wollte raus. Geh' ich halt hier raus. Das gibt's nie, ey. So ein Schmock. Achso, ich hab ja sogar noch... Glas einstecken, hättest du probieren können. Mach's doch. Immer hoch und der Wärter. Ich treff' da ja durch. Sind schon die Bähne im Wärter. Hat er mal Off jetzt mit dem Scheiß. Und ich bin... Nee, ich mach jetzt... Ist, ist, ist doof. Warum hast du... Wer hat denn jetzt... Ich nie. Ich wollte den Kreis Glas reinmachen, aber... Ja, mach doch. Nee, ich komm ja nie hoch. Ich mach jetzt wohl jetzt so. Du warst doch oben, Mann. Nein, aber seid ne Wege. Ihr seid Schmocks. Helm. Ihr seid Schmocks, wisst ihr das? Nicht los. Nee, ich los. Ah, nee. Wir brauchen echt mal... Das meins. Wir brauchen echt Gelumpe, um... Endlich mal da drüben das Lager voll zu machen. Äh, Sven, hast du noch Armbrustbolzen? Ach, doch, kein Endschiss. Hier hast du welche. Das war's genug. Ach, kein Endschiss. Nee, du doch nie. Der Mati mein ich. Hab ich dir welche hinten hingeschmissen? Ah, cool, danke. Ich hab's gerade gesehen. Hast du noch ne Armbrust? Die hab ich noch. So. Ich mach uns, ich mach uns mal Brote, wa? Masch... 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 Holzdschwert hab ich eigentlich damit. Wie kommt das? Funko-Seite. Nee, ich hab gemischt. Ach, Mann. Bestimmt von dem Skelett oder so. Wer ist denn unser Kistenmeister? Keine Ahnung. Haben wir welchen? Ich wüsste ich nie. Wie kommst du noch jetzt darauf? Na, dass irgendeiner mal die Kisten hier weg, äh, sortiert? Äh, hier. Ach, dann automatisch. Nee, Dirk? Dirk. Komm runter, dein Kompressor ist so. Das steht neben der Gummi-Fertigmassen-Kiste. Dirk? Ja. Wolltest du nie auch mal ein Rohrsystem drüben in die Dings reinbauen? Ja, das kommt ja noch alles. Ich wollte jetzt erstmal, dass jetzt so mal, dass das klappt. Das klappt jetzt alles. Ja. Wo ist denn das Ding? Unten. Hier. Wo die Instran steht. So. Wollen wir mal gucken, ob's funktioniert. Wüsste eigentlich, weil... Nein. Das funktioniert. Was ist denn, was ist denn, ähm, hinten diese Dinger? Was ist denn das? Die vier Dinger. Hinten die vier Dinger. Das ist, da kannst du wie Upgrades machen, dass das schneller durchbrennt. Und wie geht das? Das muss mal brennen. Den nicht. Ich habe dir an den Dinger Dinger gegeben. Spür bitte deine Aufnahme bitte zurück. Du hast gesagt, das gibt's wieder her. Ja, das waren drei Stacks und ein halbes. Habe ich dir gegeben? Nein. Ja, klopp's nie. Ich wüsste, dass ich es dir gegeben habe. Ich kann nie zaubern. Ich hab's nimmer. So. Na, da müssen wir mal die Aufnahmen da nachgucken. Da kannst du gucken, guck deine Aufnahme an. Okay. Bei der PP, da musst du sehen, dass ich es dir alles wiedergegeben habe. Was ist denn hier drin? Oh, ja, schon weiter abbauen hier. So. Oh, ich habe ja nicht erstmal Werkzeug. Ach, ist das eine. Ist das. Ein Eisen-Eiron-Fuss. Nein. Nein. Funscher. 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 Das, das und das. Und das, das. Da 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 da. Ist wohl das limitierte Dings, weil das tut das nochmal umwandeln, Mati. Geh bitte. Geh mal, bei diesem Quarz hast du da zwei, äh, so Quarz das noch und das sind Quarzkristalle, bloß noch zwei und der macht nochmal weiter. Wieso denn das? Power ist auch noch drin, keine Ahnung. Nimm die mal raus, die Kristalle. Nö, nur macht er gar nicht mehr. Ist das was anderes? Nee, das ist ein Quarzdust, hab ich ja reingetan, um die Kristalle zu kriegen. Ich tu das, ey, die beiden Kristalle mal in die Kiste hier rein. Na? Ne, macht er nicht. Der macht nicht das, diesen Quarzdust mehr. Was ist das für ne Scheiße? Ist das dasselbe, was du grade drinnen hattest? Ja. Was, ja. Ne, Maserator macht er das Doppelte. Ähm, warte mal. Ähm, wenn du die Kristalle in nem Maserator machst, dann macht der, was macht der daraus? Quarzdust. Quarzdust. Wieviel? Vier Stück. Da kann ich hause oben aber rein, in die, oben, in die ich nie rücken meine. Weil, da könnte man, könnte man denn doch austricksen, indem du in Quarzkristall reinmachst. Ja, aber der Kompressor macht den nicht, das versteh ich nie. Und dann das Doppelte an Dust rausholz. Das Dust machst du wieder in die, in die, sag schon, in die Kristalle. Und dann haust du die, ne Quatsch. Der Maserator macht das wieder in den Dust, nur. Und den Dust machst du wieder zu Kristallen und immer so weiter. Ich glaub's. Ist das dasselbe? Äh, ja, eigentlich schon. Eigentlich sollte der aus den Dust, ähm, Dings machen. Die Kristalle wieder. Ja, da ging's doch gerade eben, oder? Hab ich mich getäuscht. Na klar ging das. Äh. Ist das Ding überhaupt an? Ja, ist oben drauf. Wir haben's ja gerade getestet mit dem Motto, da ging's ja. Na? Also, jetzt wäre... Geht vielleicht, du musst eh mal, du musst ja eine neue Maschine bauen. Puh, was war... Da hab ich jetzt von Tatskoprofressor, da könnte ich mir irgendwie Quarz machen. Mach...